Guten Tag und herzlich Willkommen zurück bei YPlayBaronBenny und heute mit einem Infovideo, denn ich habe was Neues am Start und zwar ist es ein Intro und eine Endcut und die werde ich euch gleich zeigen, doch davor nochmal mein altes Intro um euch den Vergleich zu zeigen. So, das war mein bisheriges Intro und jetzt kommt das neue. Kurz meine Meinung dazu, ich finde es persönlich besser, da es mehr Pepp mit sich bringt in der Musik und ich finde, dass diese Animation besser ist als das bisherige, da das bisherige ein Template war und das hier wurde extra für mich angefertigt. Und ich finde, dass das mehr verkörpert, was auf meinem Kanal kommen wird. Dadurch ist auch mein Avatar zu sehen, also mein Avatar, was lerbe ich denn da? Ich meine halt mein Skin von Minecraft zu sehen ist. Schaut es euch einfach an und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Intro findet. So, das war das neue Intro. Ich hoffe, es gefällt euch und schreibt eure Meinung in die Kommentare, ob es gut ist. Ich finde, es ist gut und jetzt kommt meine neue Endcard, die ab heute an jedes Video angehängt wird. Ich hoffe, es gefällt euch. Und so, das ist meine neue Endcard. Ich finde sie richtig, richtig geil und deswegen ein großer Daumen nach oben für den Designer, der das alles ermöglicht hat. Und zwar ist es der Lukas von Mockdance Design und ich werde ihn auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Guckt auf seinen Kanal vorbei. Sowohl links als auch rechts seht ihr Videos von ihm, wo er für andere Intros erstellt. Er ist ein richtig guter Designer. Schaut bei ihm vorbei. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder bei mir ein und ciao.